Dieses zum Kauf angebotene Siebenzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Hamburg. 1978 wurde dieses Gebäude erbaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 625 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 151 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 485.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017